Willkommen zurück zum Elden Ring Plotting Guide und zwar dem siebten Teil dieser Reihe. In diesem Video werden wir als allererstes in den Dungeon gehen, welcher sich in der Arena von gerade an versteckt und zwar ganz hinten am Strand. Dort ist eine legendäre Asche, die werden wir aber nicht jetzt holen, da es ein Dungeon im hohen Level ist und der Baust es noch in sich hat. Wir werden erstmal die Gnade dort aktivieren, damit wir uns dann später dort importen können und dort gibt es einen AFK Farming Spot, den werde ich euch hier noch zeigen. Ansonsten werden wir uns in ein neues Gebiet durchschlagen und einen Boss besiegen und eine Trophäe einsacken in diesem Video. Und damit wünsche ich euch viel Spaß mit dem Gameplay, in wichtigen Gebieten bzw. Orten werde ich noch ein paar Kommentare da lassen, worauf ihr achten solltet. Ansonsten viel Spaß mit dem Gameplay, euer Swarty. Beobachtung Das war's für heute. Das war's für heute. Und hier solltet ihr euch in Acht nehmen vor den ganzen Fledermäusen. Ihr seht schon dort hinten das legendäre Talisman Leuchten. Leuchtet dann immer orange und hat so eine Flamme. Falls ihr die Fledermäuse bekämpfen möchtet, zieht sie einem nach dem anderen hinaus bzw. separiert sie von der Gruppe. Bekämpft nicht alle auf einmal, denn sie werden euch staggern, vergiften und können euch greifen. Also sind in der Gruppe ziemlich starke Gegner. Das Medailleur von Dektos ist kein relevantes Item, denn damit kann man einen Aufzug aktivieren, um an ein Gebiet zu kommen bzw. um dann in die Hauptstadt Leendel. In ein neues Gebiet vorzudringen, aber wir werden durch einen Dungeon in das Gebiet kommen, denn wir können uns durch einen Dungeon durchkämpfen und kommen genau dort in der Nähe des Aufzuges heraus. Und deswegen brauchen wir die Medaillons nicht. Wir brauchen einen anderen Aufzug, womit wir im Schneegebiet dann in ein Gebiet kommen und zwar nur mittels dieses Medaillons bzw. Aufzuges, aber dazu später mehr. Und wir sehen jetzt hier auch, dass hier die Geister hinunterspringen. Falls ihr Spiele verfolgen sollten und ihr angekesselt seid, verlasst das Spiel, joint wieder hinein, dann sollten die Geister ebenfalls resettet werden. Ihr seht, hier hängen die ganzen Fledermäuser, sie wurden ja resettet. Wir sind hier einmal rein und raus gegangen bzw. raus und rein im Spiel. Und ansonsten annimmt euch ein 8 für den Ratten. Hier auf der Seite sind 2, ein kleiner und ein großer. Unterschätzt sie nicht, denn ihr werdet auch sehen, ich werde mit der L2-Fähigkeit 1200 Schaden und Oleg 300 Schaden an der Riesenratte machen. Also es gibt 1.500, 600 Schaden und sie wird immer noch mehr als die Hälfte ihres Lebens haben. Und ansonsten werden wir am Ende noch einen Boss besiegen im Video und eine Trophäe einsammeln. Und falls die Fledermäuser euch aggroen sollten und ihr euch supporten könnt, denn wir werden jetzt den Talismann einsammeln, dann könnt ihr einfach die Leiter hinauf, runterspringen und rausrennen. Außerdem werden wir an der Gnade noch endlich unsere Arzneimischung ändern. Und so habe ich ja auch von euch von der Träne erzählt, die opale Blasenträne. Ich habe immer wieder erwähnt, dass ich es vergessen habe zu benutzen, so wie die goldenen Saaten und heiligen Tränen. Okay, benutzt sie, ich hoffe ihr habt sie benutzt und habt auf mich gehört. Und wir werden die eben jetzt erst jetzt benutzen, wäre auch ziemlich stark bei Radern gewesen, aber was soll's. Wir sind dann noch durchgekommen und dann werden wir uns nach Lyonia begeben und eben die Hälfte eines Medaillors einsammeln, welchen wir unbedingt benötigen. Was soll ich auf die Fledermäuser die Änderungen sein? Was soll ich auf die Fledermäuser\'aar? Was soll ich jetzt gehöre? Was soll ich erst mal am meisten? Was soll ich jetzt nicht hinterlos sein? Das war pierwärts nachdem ich jetzt nicht mehr so bin. Ist nicht nur wirklich so, super mit ihr, dass es nicht mehr so gut geht. Ich kann送' mich auf die Fledermäuser auf einen Gnade. aber es nicht mehr so gut dabei ist, meine ich euch, dass ich mich nicht mehr so gut will. Es ist es wirklich ein Problem. Okay. Okay. Please, no. Dear me. I haven't a clue. No secrets lie with me, nor a one. Oh, please, leave me be. Wait then. Well... Oh, I... I'm Albus. We're finished. I beg you. You must keep... And if you should meet the young Albinorek Latena, then please give it to her. A chosen land. The Italian is the key. He's only a queen. He's only a queen. He's only a queen. And you can see her in the three islands. And you can see her in the three islands. He's only a queen and then you'll see her in the three islands. So you want to see her in the three islands. And you'll see her in the three islands. He's only a queen, you can see her in the three islands. And she'll spend the game to the exterior. And you'll see her in the three islands. It'll be continued to the inner flaps. ansonsten wenn ihr jetzt zurück zur tafelrunde portet werdet ihr dort invasiert und zwar von dem npc der sich die ganze zeit an dieser wand angelehnt hat und nicht mit euch gesprochen hat und hier merkt ich will euch hier noch den boss zeigen hier gibt es noch einen mini boss und ich vergesse auch dass es hier ein item lag den werden wir jetzt auch noch einsammeln und zwar eine larventräne mit dieser larventräne könnt ihr eure attribute zurücksetzen und zwar geht ihr dafür in die bibliothek wo wir die zauberin besiegt haben dann sprecht ihr mit ihr und geht auf wiedergeburt dann wird die larventräne verbraucht und ihr könnt eure attribute erneut verteilen aber sie wird immer zum grundstatus wert zurückgesetzt welchen eure klasse am anfang hatte das heißt wenn wir eine samurai haben haben wir die anfangswerte wie wir halt das spiel gestartet haben wenn wir zum beispiel als bettler gestartet hätten hätten wir alles auf stufe 10 das ist auch der vorteil der bettler klasse der einzigste vorteil und zwar kannst du ja am besten deine attribute immer wieder neu verteilen denn der samurai zum beispiel hat er mehr auf geschick und kondition attribute verteilt und ein mage mehr auf weisheit das heißt wenn zum beispiel einen zauberer resetten solltet werdet ihr immer mit 14 15 weisheit resettet und mit unserem samurai dann eben glaubt mit acht oder zehn punkten in weisheit aber dafür eben mit mehr punkten in kondition geschickt und das war's für diesen teil hier dieses gebiet und wir werden jetzt über die hängebrücke gehen und weiter reiten also Okay. 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 Wie ihr sehen könnt, wir sammeln hier Schmiedesteine der Stufe 4 ein. Und zwar sind es immer so rote Kreise auf der Map. Dort sind immer Minen gekennzeichnet, in denen ihr Schmiedesteine verschiedene Level finden könnt. Und zwar auf der ganzen Map, immer wenn ihr so kleine rote Kreise sehen solltet, sind das immer Minen für Upgrade Material. Ansonsten gehen wir hier den Aufzug hinauf. Nehmt euch in Acht hier, die verstecken sich in den Ecken. Hier sind weitere Hinterhalte vor uns und ein Skarabeos, welcher exkludiert. Zudem werden wir hier wieder gegen Fledermäuse kämpfen. Und ich werde dann auch schnell erkennen, warum ich gesagt habe, bekämpft sie in der Festung Pfarrer auf einem nach dem anderen. Wo wir unseren legendären Talisman eingesammelt haben. Denn sie sind in der Gruppe sehr stark, um mich zu unterschätzen. Geht. Okay. 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 Und hier sind wir auch schon wieder bzw. bin ich wieder und zwar vor dem Boss Level. Ihr könnt als Hilfe einen NPC beschwören. Braucht in meinen Augen nicht, denn der Boss ist einfach auf dem Level wo wir jetzt sind und zwar hat er recht einfache Angriffsmuster. Er spuckt Magma und rennt dabei wild durch die Gegend. Dabei könnt ihr ihn einfach ignorieren und am besten euren Drachenzauber benutzen. Ansonsten beschwört ihr einfach eure Geisterbeschwörung. Ich beschwöre Olek, den solltet ihr auch haben wenn ihr mir nachspielt. Wir benutzen unseren Gunst damit wir uns immer wieder mit Leben regenerieren. Und er spuckt Magma Bälle in eure Richtung. Er speit wenn ihr an seiner Seite seid Magma nach links und rechts. Er macht einen Body Slam und schickt mit seinem Schwert auf den Boden. Und in der zweiten Phase zündet er sein Schwert mit Magma an und haut hauptsächlich mit seinem Schwert zu. Das ist so alles. Sie seht, er spuckt Magma, rennt durch die Gegend, ignorieren, Drachenzauber benutzen. Er spuckt nach links und rechts mit Magma und die Magma Felder bleiben immer auf dem Boden liegen. Er macht einen Body Slam. Er spuckt auf euch Magma. Das sind so ziemlich all seine Angriffsmuster. Er schlägt mit seinem Schweif noch zu, übrigens mit seinem Arm. Ihr seht er zurück sein Schwert an mit Magma. Alles Magma, Magma. Von den schweren Angriffen in Acht nehmen, die könnten echt wehtun. Ihr seht, unser Leben regeneriert sich wegen unserer Segen mit der Zeit auf. Und ihr seht die Opale, Träne, Arzneimischung ist auch aktiv. Das heißt, wir können auch einen Schlag wegtecken im Schützfall. Und durch Oleg und unsere Sense können wir ihn problemlos aus der Haltung schlagen, Ketten nehmen und Finishing nehmen. Das war es dann auch mit dem Video. Das ist alles, was wir in diesem Video jetzt gemacht haben oder machen werden. Wir werden jetzt mit einem Aufzug komplett hinauffahren und würden in dieses Gebiet auch mit dem Vectus, mit dem Medaillon hingelangen. Aber brauchen wir nicht, dass dieser Weg eben Trophäen relevant ist. Und wie schon erwähnt, falls ihr zur Tafel euch geben solltet, nämlich in Acht vor der Invasion, weil wir ja den anderen Medaillon angesammelt haben, bei diesem Topf NPC. Ansonsten sehen wir uns im achten Teil. Das war es dann für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich würde mich über ein Like und ein Abo freuen und bei Fragen einfach in die Kommentare schreiben. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.